Hola chicos, chicas, ich bin Lara, ich komme aus Deutschland und ich bin hier in Nevolengua und ich liebe es hier. Es ist so cool. Wisst ihr, das Ambiente hier ist super toll. Es ist mitten in Medellin, es ist zentral, aber trotzdem seht ihr, es ist noch grün und überall. Hier haben wir Zitronenbräume direkt an der Schule, die Professoren und alle Leute hier sind super nett, sind super nett und gehen alle auf Fragen ein. Nach der Schule haben wir Aktivitäten gemacht und das war super, wirklich. Man lernt hier Leute aus aller Welt kennen und es ist faszinierend, wirklich. Ich kann es nur weiterempfehlen, für jeder, der eine sprachliche Herausforderung sucht oder halt generell etwas lernen möchte. Von Leveln, von allen Leveln her sind alle Leute hier willkommen, von A1 bis C. Es ist wirklich für jeden was dabei. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch eine Menge gelernt. Ich hatte schon ein bisschen Vorkenntnisse vom Spanischen und hier hat es mir wirklich geholfen, mein Spanisch zu manifestieren. Jetzt kann ich in verschiedenen Zeitformen sprechen und es hat mir geholfen, mein Spanisch ein bisschen zu sortieren und ich bin so froh, dass ich hier war. Vielen lieben Dank an allen. Vielen lieben Dank. Ich kann es nur empfehlen. Kommt nach Nueva Lengua!